Es gibt ja so viele Bücher, die über Ernährung geschrieben werden und so viele Experten, die teilweise auch unterschiedlicher Meinung sind. Aber es gibt dennoch ein paar Punkte, wo sich alle einig sind. Pass auf! Punkt 1. Esse kein Zucker. Jetzt denkt sich jeder, ja, weiß ich, Zucker ist ungesund. Nee, Zucker führt noch zu viel schlimmeren Dingen in deinem Körper. Es ist nicht nur so, dass es keinerlei Nährstoffe enthält, keinerlei Vitamine und so weiter. Und einfach nur leere Kalorien, sondern es schadet auch noch deinen Arterien, deinem Darm. Und wir wissen mittlerweile, dass die Darmgesundheit so 80% unseres Immunsystems ausmacht. Punkt Nummer 2 sind Milchprodukte. Also Milch, Quark, Joghurt. So viele Wachstumshormone, die Milch enthält, na klar, es muss das Kälbchen ja auch größer werden, braucht ein erwachsener Mensch nicht mehr. Auch Milch gut für deine Gesundheit nichts. Drittens zum Thema Fette. Esse keine Transfette, sprich nichts in Sonnenblumenöl zu Hause anbrutzeln oder sich Fertigprodukte kaufen, wo Sonnenblumenöl drin ist oder Rapsöl, was ja schon erhitzt wurde. All das, und das ist auch mittlerweile wissenschaftlich belegt, ist höchst krebserregend. Punkt Nummer 4 ist, keine E-Nummern und keine Zuckerderivate und sonstigen Zusätze, die du auf der Verpackungsrückseite ja selber nicht verstehst. Wenn wir das nicht verstehen, was da drauf steht, was soll unser Körper dann damit anfangen? Punkt Nummer 4 ist. Punkt Nummer 4 ist. Punkt Nummer 5 ist,